Herzlich Willkommen meine lieben Freunde bei Thomas Sixts Headcam Cooking. Heute machen wir Bärlauch Pesto zweierlei. Warum Bärlauch Pesto zweierlei, das werdet ihr gleich sehen warum. So, Bärlauch. Wunderbar, gibt es jetzt vor Ostern überall zum Kaufen und zum Bärlauch gibt es folgendes zu sagen. Wer ein ganz feines Bärlauch Pesto haben möchte, der reißt hier diese Strünke heraus, nimmt man sich dazwischen zwei Fingern und zieht die dann ein wenig heraus und kriegt dann ein bissel mehr Blatt und weniger Faser. Jetzt ist es so, ganz einfach. Bärlauch sollte immer gut gewaschen sein. Wem das zu knifflig ist, der nimmt das ganze Bärlauch Blatt, zerzupft es ein bisschen. Es ist ja auch so, dass in diesem Halm Geschmacksstoffe drinnen sind. Das ist ja eine gute Sache und schadet nicht. So, da tut man sich ganz einfach den Bärlauch in einen Mixbecher hinein. Warum mache ich heute Bärlauch Pesto zweierlei? Ich mache eine Variante für die Suppe und eine zweite Variante, ein richtiges Pesto zum kombinieren mit Spargel, mit Pasta, mit Fisch, damit man es quasi direkt schmecken kann. So, das genügt mir jetzt schon. Und die einfache Variante von diesem Bärlauch Pesto schaut folgendermaßen aus. Bärlauch, Salz, Chili und jede Menge Olivenöl. So, schauen wir mal. Und dann geht man hier ganz einfach her mit dem Stabmixer und macht das klein. Je länger man hier mixt, desto feiner wird die ganze Gaudi. Und jetzt zum zweiten Teil. Dieses einfache Bärlauch Pesto, das nehme ich für die Bärlauch Suppe. Die gibt es nachher. Ihr könnt dann in den Kanal schauen. Nämlich zum Verfeinern der Suppe. Wunderbar. Fertig. Schmeckt. Ich habe gerade ein bisschen probiert. Kräftig. Man spürt natürlich den Bärlauch Geschmack, der mit dem Knoblauch verwandt ist. Und was mache ich jetzt hier? Ich habe geröstet die Pinienkerne. Die gebe ich da hinein. Das wird jetzt das zweite Pesto quasi. Oder das richtige Pesto. Und da kommen noch Pinienkerne und Parmesan dazu. Wichtig, wenn ihr Pesto macht, ist es immer besser, den Parmesan fein zu reiben, damit es sich wirklich gut verbindet. Mit den anderen Zutaten, insbesondere mit dem Öl. Ihr seht es aber auch immer. Ich habe immer meinen Sparschäler dabei, mit dem ich das auch ganz gerne mache. Aber im Falle von Pesto ist es wirklich besser, man reibt ihn fein. So, ab die Post. Und jetzt wird das noch einmal aufgemixt. Und man sieht jetzt auch, das wird ein bisschen cremiger, zähflüssiger, und dieses Pesto fülle ich mir dann immer in ein Glas ein. Im Idealfall gibt man noch eine Alufolie drumherum, dass das Licht geschützt ist, wobei es im Kühlschrank nicht so hell ist. Und dann kann man das à la minute ganz einfach zu passenden Gerichten, Spargelpasta, Fisch, auch zu Fleisch oder Salaten dazugeben. Schmeckt besonders fein. In diesem Sinne, zweierlei Bärlauchpesto. Probiert es aus und schaltet es mir gleich wieder ein. Jetzt mache ich nämlich noch die Bärlauchsuppe. Servus, bis zur nächsten Folge. Danke und Baba.